Ladies & Gentlemen, heute erleben Sie eine ganz neue Art von Flieger. Sie wurden gerufen von Gott mit dem Auftrag, keine Drums! Und Sie dürfen heute Abend dabei zusehen, wie die besten Air-Drummer der Welt darum kämpfen, die unvorstellbare Summe von 2000 Dollar hier rauszutragen. Mein Gott, eine Strafe! Wie? Was? Strafe für'n Arsch ist das! Mr. Lull von der Jersey Crew wurde soeben disqualifiziert! Was? Sie dürfen nicht meinen besten Mann disqualifizieren!